F.S.V.S.T.A.R. Ja, Josch, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere ersten Elf mit dir. Ich habe angefangen, Fußball zu spielen als... Als ich fünf war. Mein schönstes Erlebnis im Jugendfußball war... Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2015 mit der Schalke A-Jugend. Eine Sommervorbereitung ist immer... Anstrengend. In der Schule war ich... Halbwegs gut. Was heißt das? Es war zwischen gut und schlecht. Traditionsvereine sind... Eine Herzensangelegenheit. Für den MSV aufzulaufen ist... Ein Privileg. Auf langen Auswärtsfahrten... Habe ich mein Laptop dabei und schaue mir Serien an. Was schaust du im Moment? Ich habe jetzt Peaky Blinders geguckt, aber mal schauen, was zunächst kommt. An einem freien Wochenende... Genesse ich die Zeit mit meiner Familie. Der beste Dribbler, mit dem ich je zusammengespielt habe, ist... Max Meier. In meinem Auto läuft meist... Musik oder ein Podcast. Mit der Zeit lernt man das... Zu schätzen, was man hatte und was man wieder hat. Vielen Dank. Was ist das, was ich... Ich warstred mit mir... Die Gegenwart nach der Schule... Dramatische Tome... Die Gegenwart nicht mehr. Wiemann auf! Dass du dich nach links bist... Ja, du dich nach rechts, was...